Was passiert Jaumul Qiyama mit den Sünden, die verziehen werden? Wir haben ja gesagt, es gibt ein Ard, das heißt eine Vorführung der Sünden, wo Allah subhanahu wa ta'ala dem Diener die Sünden vorhalten wird. Oh mein Diener, hast du das und das gemacht? Den Hadith, den wir gerade bearbeitet haben. So, dann wird der Diener sagen, ja. Und er wird erinnert und erinnert und erinnert an Sünden, dass wenn er ein Gläubiger war, sagt Allah a.s.w. zu ihm, ich habe sie in der Dunja bedeckt gehalten und heute vergebe ich sie dir. Wenn er ein Gläubiger war. Aber der Prophet s.a.w. sagte, mit wem in der Abrechnung diskutiert wird, so wird er bestraft. Manu Qish al-Hisab, Uzzib, derjenige mit dem in der Abrechnung diskutiert wird, wird bestraft. Die eine Person ist, oh mein Diener, hast du das gemacht? Er sagt, ja. Hast du das gemacht? Er sagt, ja. Allah sagt ihm zum Schluss, was? Ich habe dir, ich habe dieses in der Dunja bedeckt gehalten und heute vergebe ich sie dir. Aber bei einer anderen Person, oh mein Diener, hast du das gemacht? Warum? Diese Diskussion führt dazu, dass der Diener was? Bestraft wird. Sobald Allah mit einer Person diskutiert, wird er bestraft. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Allahu, 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 Allahu. Untertitelung des ZDF, 2020